mit der schönsten waffe der welt auf zu einer neuen runde ich finde es gut dass wir das schön 2 ja da war wohl hat sich das ja das war aber ein schnelles ende ist nur darauf achten du hast damit sehr wenig munition genau ich habe jetzt nur fünf schuss von sieben oder hoch die hände schnelles ende keine munition steht wieder auf da das fährt ist aber auch was so woanders jetzt hier jetzt munition falls du brauchst ja wohl ich mir gleich danke bitte schön stimmt du hast rechte also der kreis ist immer rot ist halt nur wenn wenn man drauf zu geht und es ist generell rot noch ja so orange nicht nah ja oh hunde da ist ruhe ne alter die hat aber ganz schön dampf die waffe man man mann hoffentlich hast du noch ein paar schuss wenn wir beim dinge sind beim gegner ja dann kannst du den voll schnell weg das ist ja assi da nehme ich das messer ja das ist auch gut das musste man echt mal probieren weil die anderen haben das auch gemacht die haben uns so oft irgendwie mit ihren nahkampfwaffen irgendwie so schnell erledigt ja stimmt ja hier gibt es jetzt kein wasserteufel oh der der dingens ist schon hier oh gut der dicke der schlechter ah dann machen wir den doch gleich ja machen wir woanders rein ja das der die ganz fetten geben ja auch ganz schön um sagt muss ich sagen das ist ja echt widerlich ja finde ich auch die sind echt nervig der braucht halt sehr viel energie also sehr viel energie sehr viel munition hier nicht rein doch hier da ist auch der dicke ich muss mal nachladen ja ich habe auch eine beschissene würfel jetzt für sowas der kann aber auch da alter der kann aber auch ziemlich schnell laufen und angezündet habe ich wieder was auch nicht dass ich anzünde da kann er dir hinterher rennt oh war bei dieselbe idee würde ich sagen ja ich bin runter gefallen Ja, ich auch. Aber Gott, Gott sei Dank Nicht jetzt, wo es hier wieder hoch geht Ah, hier ist zum Nachladen Munition Ja, hier gibt es noch mehr Oh, das ist sehr gut Ah, da geht es hoch Oh, Alter, ich kann mich noch nicht mehr löschen, wenn er hinter mir hinterher läuft Oh, ist doch zum Kotzen Gut, wenn er jetzt runterkommt, dann... Ja, super Oh, nee Wir haben ihm den Kopf abgeschossen Geil Ist er oben wieder? Ja, ne? Ja, er kommt Er kommt doch nicht Doch, jetzt kommt er Oh, sorry Oh, dann wenn er von mir so einen dicken Schuss kriegt, läuft er weg Wo ist er denn jetzt? Oh, jetzt kommt er Vorsicht, ich habe mir die Mitstange geworfen Ich glaube, er hat einen Schuss noch, dann müsste er weg sein, oder ist er schon tot? Der ist tot Ah Hast du geschossen? Nee, hier ist ein Zombie reingelaufen Richtig übel, äh Hier gibt es sonst auch noch, äh, ach nein, auch nicht Oh, ey, das ist scheiße, ey, das ist unten, das ist so offen wie ein Scheunentor da unten Ja, das stimmt Und ich höre auch ballern Ja, gut, aber man könnte ja vielleicht hier oben bleiben Also wenn ich mit der Wummel kein Gegner gleich weghaue, ne? Dann weiß ich auch nicht Also Ich gehe mal kurz aufs Dach Hm Ich habe eine Sniper Vielleicht sehe ich ja irgendwo Können Sie wem weg, Sniper? Oder werde weg, selber weg, Sniper Oh Oh, hier läuft er Wer bist du das? Ah, okay Ja, ich laufe Ja, es ist, naja, es ist blöd hier oben Ich gehe wieder runter, weil das ist zu offen Dann werde ich von sonst irgendwo umgebracht So, ich hole mal den einen Käfig hoch So, dass sie da nicht hochkommen Oh, da draußen haben sie schon erschossen Ja Oh, ich wurde angeschaut Ah, ich habe ihn erledigt Sehr gut So, ich muss mir spritzen Bist du von wo? Ah, scheiße, noch einer Ah, Mann Ja, äh, unten an der Vor der Leiter Da musst du wieder runtergehen Also wieder reingehen Ah, scheiße, oh Mann Nur weil ich mir die blöde Spritze gesetzt habe Ja, genau Ja, sehr geil Super Geil, dann haben wir zwei erledigt Alter, die Waffe Ich habe einen Bums gehabt Sag ich dir Und dann war aber Ruhe, ne? Ja So, heile dich und alles Ja Da sieht man mehr Scheiße So, ich plündere hier mal kurz Ja, ich auch Okay Wo ist denn die andere Die muss hier sein Die muss hier sein Die ich erschossen habe, ne? Ne, wo ist die hier hin? Die sind beide hier hineinkommen Achso Warte, hier ist Ah, hier, genau Weißt du, wo die reingekommen sind? Ne, weiß ich nicht Ich vermute mal, dass die von hier gekommen sind Ich frage mich jetzt gerade Ich habe irgendwie Oh, ich höre wieder, wir müssen aufheben Ja, wir können die Trophäen aufheben Ich habe eine Okay Oh, ja, die sind links von uns Okay Also können wir hier raus Ja, hier können wir raus Sehr gut Kommst du? Jo Jo, jo, jo Check the flow Wir sind die geilsten Oh, nee, komm Ich muss die Saatmutter noch platt machen Nein, lauf einfach Ich habe keine Zeit für was Wenn du lange genug läufst Hört die auf, dich zu verfolgen Okay Halt, die ist aber ätzend, die Saatmutter Oh nein, jetzt kommt noch ein Zombie von hinten Ey, ich glaube, ich kriege gleich Krebs Das gibt es auch nicht Ich habe mich nur angezündet hier Alter Lauf geht denn hier ab Lass mich doch mal alle zufrieden hier Ist ja richtig Action Ich habe auch nur noch zwei Schuss Alter, aber die Knarre ist ohne Scheiß Alter, du siehst hin Du drückst ab Bam Fliegt er weg Das ist so geil Alter, die hat so viel Dampf Die ist echt ihr Geld wert, muss ich sagen Okay, wir sind da Ich gucke mal kurz, wie wir uns nachkommen Ich sehe keinen Hier ist nur ein Rettungsring, falls du brauchst Vielleicht kannst du dich irgendwo weiter verstecken So, falls sie doch kommen Ich habe noch zweimal einen Blick Nee, komm nicht Nee, immer noch nicht Ja, und raus Sehr geil